Herzlich Willkommen zur The Greatest 5 Euro Megashow. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei der 5 Euro Megashow und es gibt jetzt hier ein Feuerwerk an Megaschnäppchen, eine Stunde lang Bestseller und vor allem auch neue Produkte. Ja, alles kostet 5 Euro die ganze Stunde lang und das sind alles tolle Produkte. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit dem ersten Produkt an. Ja und Diana hat auch schon das erste Produkt mitgebracht. Und das ist für dich, bitteschön. Heute mal sitzend, weil Diana ein bisschen Probleme hat mit ihrem Beinchen, aber das kriegen wir schon hin. Trotzdem noch hübsch wie eh und je. Und als erstes haben wir... Oh, das ist ja was Tolles. Wow. Schaut mal, jetzt wird es ja vielleicht ein bisschen wärmer mal demnächst und da ist hier dieser kleine Ventilator Gold wert. Das ist ein super Produkt. Zum Beispiel, wenn du mit Laptop arbeitest und dann kannst du einfach so mit Laptop... An den USB-Anschluss. Ja genau, das ist super. Ja vor allem, der hat auch diesen festen Hals. Das heißt, den kann man ganz flexibel einstellen, wie man will. Zum Beispiel so. Dass er genau im richtigen Winkel zu Ihnen frische Luft und gute Laune bringt. Wie mein Bein. Hier sehen wir es mal im Zuspieler. Ganz einfach rein... Ach der hat noch LED oder irgendwas da drin. Ach so. Das ist ja toll. Oh mein Gott. Da kannst du genau, da kannst du eine Botschaft einstellen. Zum Beispiel, ich liebe dich oder Hallo Diana oder schön, dass es dich gibt. Oder tschüss Anne. Super. Das ist mit Ingo. Ja klar. Hi Ingo. Hi Ingo. Hi Ingo. Ein USB-Win mit acht programmierbaren Laufschriften mit je 26 Zeichen. Das heißt, da kannst du also acht verschiedene Nachrichten reinmachen. Das ist natürlich klasse. Da kannst du alles mögliche schreiben. Einen schönen Wochenstart. Endliches Freitag. Oder vergiss die 5 Euro Megashow nicht. Die Überraschungsshow. Ja aber 5 Euro. Ich wusste vorher gar nicht, dass es sowas gibt. Davon abgesehen. Das ist schon cool. Ein Ventilator kennen wir alle. Aber dann für den USB-Anschluss für den Laptop und dann noch mit dieser Laufschrift. Das ist natürlich mal was cooles. Ja und du kannst die acht programmierbaren Laufschriften und du kannst sie sogar animieren. Das heißt, den Text rotieren, unterschiedlich ein- und ausblenden. Kann man damit alles machen, wie wir es im Zuspieler gesehen haben. Einfach in den USB-Port die Schrift programmieren. Und was meinen Sie, wenn Sie das Ihrem Partner schenken? Was der sich freut, wenn da eine tolle Nachricht reinkommt. So schön. Von Ihnen mit frischer Luft und guter Laune. Das ist eben das Tolle hier. Wechselnde Nachrichten schreibt er einfach in die Luft. Das ist unser USB-Ventilator mit acht programmierbaren Laufschriften. Je 26 Zeichen. Mit der Bestellnummer PX 59 39 569. Und alles kostet nur 5 Euro. Das ist das Tolle hier. Wenn Sie irgendwas sehen, bestellen Sie es sofort. Sie können so oft anrufen, wie Sie wollen. Wir fassen alle Ihre Bestellungen im Laufe eines ganzen Tages zusammen. Und Sie zahlen nur einmal Versandkosten. Außer wenn Sie über 150 Euro sind. Dann schenken wir Ihnen sogar die Versandkosten. Was für ein cooles Gadget mal. Ja, und das ist ein super Geschenk. Zum Beispiel für im Büro zum Kollegen. Ja, du kannst das einfach schicken und machen gute Laune. Ich denke, das ist super. Und für 5 Euro. Ja. Können wir reifene Freude machen. Mit FC Freiburg draufschreiben. Oder jedem anderen. Tolle Sache. Das war unser erstes Gadget. Aber die ganze Stunde ist vollgepackt. Guten Tag. Und was haben wir jetzt als nächstes? Was haben wir jetzt? Wow. Das ist was ganz, ganz Tolles. Also das sieht erstmal aus wie eine Geldbörse von einem ganz bekannten Hersteller. So. Erstmal, dass sie schick ist. Das ist das eine. So eine Klatsch. Man kann das als Klatsch verwenden. Also die Handtasche für den Arm. Kleine Tasche, ja. Oder als Portemonnaie. Aber das Besondere ist, und das siehst du dir ja nicht an, die hat noch einen RFID-Schutz. Ist das richtig? Das ist richtig. Sie hat einen RFID-Schutz. Das heißt Radio Frequency ID. Das ist, wenn Sie, kennen Sie, wenn Sie im Supermarkt sind und kontaktlos bezahlen können, halten Sie einfach nur Ihre Karte vor. Das Problem ist, dass nicht nur die Kasse das lesen kann, sondern jeder, der an Ihrer Geldbörse vorbeigeht. Ralf hat uns das mal gezeigt, ne. Er ist einfach mit dem Handy an der Gesäßtasche, war ihm hier vorbeigegangen und konnte dann all die Informationen lesen, die auf diesen Chipkarten sind. Das ist diese RFID-Information. Und hier haben wir eben tatsächlich RFID-Schutz. Das heißt, Ihre Karten, die da drin sind, können nicht von bösen Fingern, bösen Langfingern gelesen werden. Und sie hat noch ein Handyfach sogar. Ja, genau. Die hat hier nämlich ein etwas größeres, beziehungsweise breiteres Fach. Und da kannst du jetzt beispielsweise auch noch dein Handy reintun. Wenn man zum Beispiel dann abends mal weggehen möchte, packt man das Handy hier rein. Wir Frauen, wir wissen das schon. Liebe Männer, keine Sorge, das passt schon hier rein. Dann kannst du das als kleine Handtaschen nutzen, also auch Klatsch genannt. Und dann bist du abends schön ausgestattet. Man hat dann hier seine Handtasche. Man kann dann auch die fallen lassen, kann jeden guten Tag sagen. Und das ist wirklich, du hast alles dabei. Da ist sogar Platz noch für Lipgloss und für diesen ganzen Kram, den wir Frauen brauchen. Und wichtig natürlich die Karten, ein bisschen Kleingeld. Also das ist so schön, weil es gibt einen Hersteller. Kathi hatte das immer, das Portemonnaie. Und die kosten so um die 300, 400 Euro, ne? Ja, kennen wir alle. Aber sie sieht fantastisch aus, passt zu jedem Outfit, ja. Ich möchte manchmal nicht mit mir Tasche haben, ja. Aber auf jeden Fall brauche ich meinen Führerschein, meine Karte, mein Geld, mein Handy. Und das ist echt genial. Und für 5 Euro, das ist, ich habe noch nie gesehen, ein Portemonnaie oder Klatsch. Klatsch heißt das? Klatsch? Klatsch, ja, für 5 Euro. Sieht super aus. Top. Die Schlaufe kann man auch abnehmen und dann kann man es ganz normal als Geldbörse benutzen, in einer normalen Handtasche. Und es passt sehr viel rein. Das Tolle ist halt, dass du an alles gedacht hast, inklusive RFID-Schutz, dass man eben nicht ausgelesen wird. Und alle Karten haben heute so einen Chip drin, sogar Gesundheitskarten. Das ist unsere Langbörse aus Kunstleder mit RFID-Schutz, Smartphone-Fach und Tragegriff mit der Bestellnummer NX 89 16 569. NX 89 16 569 ist die Bestellnummer für unsere Langbörse aus Kunstleder. Für lächerliche 5 Euro, tolles, tolles Geschenk. Und wir machen weiter. Ja, wir machen weiter mit dem nächsten Foto. Oh, ciao, Benni. Ja, jetzt etwas für Leute. Liebe Italien-Küche. Ja, Mensch. Wer liebt sie nicht? Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der keine Pizza mag. Ja, das stimmt. Und das ist eine, ich liebe Pizza. Und das ist eine Pizzaschere. Ob selbstgemachte Pizza oder die Pizza vom Italiener von nebenan. Und die jetzt in der 5-Euro-Show auf Kundenwunsch. Denn damit schneidest du zum einen die Pizza und zum anderen siehst du jetzt hier auch schon, die hat diese Form wie ein Pizzastück. Du kannst auch gleichzeitig noch als, wie nennt man das? Kuchenheber, Tortenheber. Kuchenheber, Tortenheber nutzen. Nur eben nicht für Kuchen, sondern für Pizza. Das habe ich noch nie gesehen, eine Schere für Pizza. Die ist nämlich sehr, sehr scharf. Die hat hier auch diese Löcher. Das heißt, da bleibt die Pizza nicht so kleben. Und hat eben noch diesen Pizzaheber an sich. Ich finde das toll. Das ist super. Welche Pizza magst du? Am liebsten mit ganz viel Gemüse. Und du? Ich glaube, ich mag die mit Lachs und Creme fraiche und Spinat. Spinat und Käse. Kann auch ganz viel, viel Käse sein. Oh mein Gott. Ja, aber das macht ja Sinn. Weil mit diesen Rollen kommt man immer nicht bis ganz an den Rand. Und dann denkt man, man hat sie durchgeschnitten, man hat sie doch nicht durchgeschnitten. Das stimmt. Das ist immer eine Riesensauerei. Wer denkt sich denn sowas aus? Eine Schere. Das ist ja genial. Das ist richtig toll. Du hast recht. Den Rand, also so ein Pizzaroller ist zwar schön, aber den Rand bekommst du nur ganz, ganz schwer durch. Den musst du doch wieder anfassen. Das ist die Pizza. Und dann willst du jetzt vielleicht von den Gästen auch das Essen nicht unbedingt anfassen. Nein. Aber das ist toll hier, ne? Einfach nur schneiden wie so ein Blatt Papier. Ja. Und du weißt, manchmal hast du diese Rolle für das Pizzaschneiden. Aber dann kannst du manchmal auch diese Karton schneiden. Aber mit diesem, das passiert nie. Das ist super. Stimmt. Genau. Also das ist natürlich tolle Qualität von Rosenstahl und Söhne. Die ist aus rostfreiem Edelstahl, glaube ich. Und somit ist sie auch geeignet für die Geschirrspülmaschine. Genau. Ist auch für die Geschirrspülmaschine. Und das ist eben eine tolle, tolle Idee. Das ist was wirklich Innovatives wieder hier bei Pearl, wo man eben so eine Funktion hat, so ein Gerät, was man noch nie gesehen hat, was aber Sinn macht, was jeder brauchen kann. Weil, wie du gesagt hast, jeder mag Pizza. Jeder mag Pizza. jedes Alter. Und das ist unsere Pizzaschere mit extra scharfen Klingen mit der Bestellnummer NC3198569. Sieht ja auch edel aus dazu. Und was meinen Sie, wie Ihre Kinder oder Ihre Gäste gucken, wenn Sie plötzlich super geschnittene Pizza servieren mit einer Schere, mit einer Pizzaschere geschnitten. Etwas, was ich noch nie gesehen habe, aber was absolut Sinn macht, das muss ich mir nachher noch bestellen. Du kannst die Schere ja immer für den Haushalt nutzen, auch für Schnittlauch oder so. Ja, 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 ja. Tolle Schere. Und wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Darf ich bitte? Ein blaues Paket. Hast du die schon mal gehabt in der 5-Euro-Show? Die Pizzaschere? Ja? Nee, noch nicht. Vielen Dank, Diana. Oh, ich liebe diese Bürsten. Oh, schau mal, zwei Stück. Möchtest du pink oder schwarz? Ähm, ich nutze beide, weil ich habe... Diese Bürsten sind der Knaller. Für alle Frauen oder Mädels mit langen Haaren, jeder kennt sie. Es gibt einen bestimmten Hersteller, und ich habe mir die damals gekauft, die kostet 30 Euro, eine Bürste. Jetzt bekommen sie zwei Bürsten für 5 Euro. Und das ist was Tolles, denn das ist eine Entwirrungsbürste. Jeder kennt das Problem mit langen Haaren. Das Haarekämmen wird zum Graus, es tut weh, es ist schmerzhaft, und plötzlich fliegen die Haare, und das kann hier alles nicht passieren, dank dieser zwei tollen Bürsten. Guck mal, wie viele Haarspray jetzt habe ich. Ja. Und das geht so gut. Also ich, ich liebe das. Zum Beispiel meine Schwester, sie muss ihre Haare schon in Dusche machen, ja? Mach ich auch immer. Ja, weil das ist, ja, sehr, sehr stark geworden. Sie nutzt immer auch diese Brush. Das ist super. Für 5 Euro zweimal. Und das Feier-Set kriegst du dazu, genau. Und vor allem, früher hat man die normalen Haarbürsten, wenn ich da einmal meine Haare durchgekämmt habe, war die ganze Bürste voll mit Haaren, ja? Weil es diese Haare richtig rausgerissen hat. Aber diese Bürste ist so sanft zu ihren Haaren. Jetzt schauen wir uns mal die Bürste an. Es ist hier ein einziges Haar drin, ja? Und ich habe heute ganz viel Haarspray auch benutzt, wie Diana sagt. Also, das heißt, hier werden nicht die Haare rausgezogen, sondern sie werden schön hier weich gebürstet, ne? Und das ist eben ganz toll. Sehen Sie hier diesen schimmernden Seitenglanz? Wow! Ich kenne das von meiner Nichte, der wurden früher Zöpfer immer gemacht. Die hat gejammert. Das zieht und tut weh, da war immer ein ganzes Büschel. Sehen Sie, bei mir gehen auch keine Haare weg davon. Das ist wie Massage. Das ist wirklich wie eine Massage, sehr schön. Musst du weitermachen, die ganze Show jetzt. Guck mal, die Haare fliegen auch nicht, weil normalerweise bei diesen Haarbürsten fangen die Haare dann an zu fliegen. Das ist hier gar nicht, ne? Also, das ist ganz, ganz geschmeidig. Und da kann jetzt hier jeder seine Haare rücken. Und das ist doch wirklich... Da sehen die Haare gleich viel gesünder aus, ne? Danke. Und Zweierset. Gegen ziekende Haare, gegen ziekende Bürsten. Das ist wirklich toll. Und Sie kriegen ein Zweierset. Können Sie nass und trocken benutzen. Abwechslende Reihen mit Hoch- und Tiefborsten. Dadurch werden Knoten nicht mit und Haare nicht ausgerissen. Eine entwirrende Haarbürste, geeignet für jeden Haartyp. Das Zweierset mit der Bestellnummer NX 88 42 569 NX 88 42 569 ist die Bestellnummer. Der Preis gilt für die nächsten zwei Stunden. Schnell müssen sie sein. Das ist wirklich mal was Tolles. Ich weiß, diese Bürsten sind normalerweise sehr teuer. Oh ja. Und bei uns geht es weiter. Nicht mit Teuer, sondern mit Schnippchen. So, frisch gestylte Haare. Da kann es ja noch besser werden. Sehr elegant, Diana. Vielen Dank. Vielen Dank. Sieht so gut. Hübsch aus jetzt. Danke. Ja. Guck mal, eins für dich. Dankeschön. Wow. Das habe ich übrigens immer in meiner Handtasche schon seit fünf Jahren, glaube ich. Und das ist schon sehr oft zum Einsatz gekommen. Was aussieht wie ein Kugelschreiber, ist in Wirklichkeit ein Schraubendreher. Ein Set. Also hinten da, wo man eigentlich den Kugelschreiber betätigt, da sind kleine Bits. Kreuz und Schlitz. Und die aber ganz, ganz fein und dünn. Zum Beispiel, wenn man mal eine Reparatur an der Brille machen möchte. Wenn man da was nachziehen möchte. Oder zum Beispiel auch von der Uhr. Diese kleinen Schraubchen. Da ist dann alles gedacht und sieht super edel aus. Ja, und hier steht, die sind magnetisch. Das heißt, die fallen auch nicht raus. Ach ja. Das ist also so eine schöne Stiftform auch. Sieht ja auch sehr schick aus. Und damit ist man, kann man zu Hause eben mal eine Schraube eben reindrehen oder rausdrehen. Wir haben hier vier Kreuz- und vier Schlitzschraubenzieher drin. Und das ist ein Zweier-Set hier. Zweier-Packat und ein Schraubendreher im Kugeldesign. Kugelschreiber-Design. Das ist natürlich der Hammer. Die Bitlänge ist 18 Millimeter und kommt mit diesem stabilen Halteclip, dass man es eben auch mal eben in die Hemdtasche stecken kann. Tolle Sache. Ich liebe ja Werkzeug. Und gerade so kleines Werkzeug, was man immer dabei haben kann, ist natürlich toll. Wir gucken mal bei Pearl.de, was eine alleine sonst kostet. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Normalerweise kostet einer fünf Euro und das ist schon ein Dollarpreis. Und der zweite Stift geht heute auf uns, auf Pearl. Acht auf sechs, oder? Acht Bits? Wow. Acht Bits, ja. Also da haben wir Kreuz und Schlitz. Ne? Ja. Und hat Anti-Rutsch-Profil am Gehäuse. Das heißt, da kann man auch richtig gut ranfassen und feste Schrauben eben mal richtig entweder festziehen oder rausdrehen. Tolle Sache. Das sieht super edel aus. Also das ist natürlich toll, wenn man das immer mal in der Tasche hat, wenn man vielleicht mal irgendwo was nachziehen möchte, zum Beispiel auch vom Schirm und Schraubchen. Man kann es natürlich auch wie Diana hier mal in die Tasche machen, ne? Das ist super. Das sieht wirklich elegant aus, ne? Für was würdest du es nutzen? Für alles. Ich wohne alleine, ich muss immer was reparieren. Stimmt. Also für mich, das ist super. Und so klein. Weil ich hasse das, was du hast. Zu viele Sachen und du nutzt halb Sachen, du nutzt nicht. Ja, aber hier alles Wichtiges immer dabei. Ja, ganz praktisch. Ich würde das auch einfach in meine Bürotasche tun. Dann habe ich immer einen Schraubenzieher dabei in der richtigen Größe. Unser Zweier-Pack. Es sind ja zwei davon. 8 in 1 Schraubendreher-Set im Kugelschreiber-Design. Hat die Bestellnummer. MC 98 82 569. Für sich und ihre Partnerin oder ihre Kinder können auch mehrfach anrufen und das hier auch mehrfach bestellen. Statten Sie die ganze Familie aus. Ein tolles Geschenk auch. Und ein Zweier-Set für 5 Euro. Unser Portemonnaie ist übrigens schon sehr stark nachgefragt. Ich habe gehört. Es ist ja 3 in 1 Portemonnaie, Handtasche und Schutz vor Datenklau. Das wundert mich gar nicht, dass sie so beliebt ist. Sieht ja auch richtig schick aus. Sollte man jeder haben, so einen Datenklau. Dankeschön. Sollte jeder haben, so einen Datenklau. Warum auch nicht. Kein Datenklauer, eine Datenklau-Versicherung. Oh, was haben wir denn hier tolles? Licht. Licht. Ach, so ein Camping-Licht oder was? Sieht super aus. Das ist eine dimmbare LED-Laterne mit zwei COB-LEDs, Batteriebetrieb. Und die ist 140 Lumen, also richtig, richtig hell. Wow. Guck mal, durch dieses Rundum-Licht kannst du die nämlich, wenn du ins Zelt hängst, das ganze Zelt mit ausleuchten. Das ist eine Lampe, die nur in eine Richtung strahlt. Das ist so 360 Grad Licht. Die ist natürlich auch robust, also auch schön für den Camping-Bereich gemacht oder Outdoor-Bereich, wenn sie vielleicht mal zelten, wenn sie Fahrrad fahren, die ist richtig robust, die kann auch mal irgendwo dagegen kommen. Und wie wird die jetzt geladen? Mit Batterie oder was haben wir denn? Mit Batterie läuft die, ja. Ah, cool. Das heißt, du brauchst auch kein Kabel, ne? Du brauchst kein Kabel und du kannst sie stufenlos dimmen sogar. Ja, so ein kleines Nachtlicht, wenn die Kinder nicht schlafen können auf dem Campingplatz oder ganz, ganz hell, wenn du noch mal nachts zur Toilette musst, oder? Ja, und hat eben diesen Henkel, dass du es auch an die Zeltdecke hängen kannst. Oder in dein Wohnzimmer, dein Wohnzimmer im Wohnwagen oder im Camper. Und Spritzwasser geschützt ist er auch noch. Das heißt, du kannst sie tatsächlich sogar nach draußen hängen. Ja, jetzt viele Leute machen Camping oder... Ja. Und ich denke, das ist ein Master. Licht brauchen wir immer extra besser. Ja. Mehr Lamplicht als weniger, ja. Und die sind für 5 Euro, sieht fantastisch aus. Ja, wie du gesagt hast. Ja. Du kannst kontrollieren, wie viel Licht brauchst du. Ja. Und ja. Wie heißt das? Gebust? Ja, sehr robust. 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 Sehr robust. Für 5 Euro. Das ist super. Ja, Campen ist ja voll im Trend, weil da kann man heute noch hinfahren. Man weiß, dass man hinfahren kann. Und dafür so eine Lampe ist natürlich sehr, sehr wichtig. Welche Batterien? Die ist auch klein und leicht. Einfach normale. Und braucht nur zwei Batterien, die wir gerade sehen. Nur zwei. Ja? Nein, nicht zwei. Drei. Wie viele Batterien braucht ihr denn? Drei. Drei Batterien. Doppel A. Ja, ich campe auch gerne, muss ich sagen. Ja? Das ist nicht mein Lieblingsurlaub, aber ich mache es gerne zwischendurch mal so. Alle drei, vier Jahre gehe ich mal campen. Geht ihr campen? Ich war noch nie, aber ich würde es gerne mal probieren. NX 3422 und die 569 ist die Telefonnummer. Greifen Sie jetzt bei unserer dimmbaren Campingleuchte. Da ist eben was ganz, ganz Tolles für kleines Geld. Kann man ja auch gerne mehrfach zugreifen, ne? Wenn Sie jetzt einen großen Zeltplatz haben oder da verschiedene Einsatzmöglichkeiten haben. Sie dürfen ja bis zu fünfmal zugreifen. Ja. Für Camping Ideal unsere Campingleuchte für 5 Euro. Und wir machen weiter. Ja. Vollgepackt die Sendung hier heute. Vollgas. Und bleiben Sie auch bis zum Ende dran, denn da gibt es sogar ein Schnäppchen für 2,50 Euro. Was ist denn euer Lieblingscocktail? Aperol Spritz? Oder Moskow-Müll? Und deine? Caipirinha. Caipirinha. Aber gibt es sehr selten gut. Okay. Und deine? Daquiri? Schön Strawberry Daquiri. Ja, Strawberry. Strawberry. Oder Mojito. Mojito? Ja. Es gibt schon sehr, sehr viele leckere Cocktails, egal ob mit Alkohol oder ohne. Das Auge ist ja bekanntlich, in diesem Fall, er trinkt bekanntlich mit. Und da haben wir jetzt wunderschöne Glas Strohhalme, denn wir denken ja auch an unsere Umwelt. Ja, diese Plastikstrohhalme sollen ja gar nicht mehr so gut sein. Und deswegen haben wir hier Glas Strohhalme, die können Sie wiederverwenden. Und Sie haben sogar so ein kleines Reinigungsbürstchen mit dazu. Das ist sehr wichtig. Sag mal, wie viele Strohhalmchen bekommen wir denn? Wir kriegen ein achtteiliges Set. Oh, wow. Das ist Borosilikatglas. Das kannst du sogar in die Spülmaschine tun. Das heißt, es ist absolut wirklich sehr, sehr einfach zu reinigen. Und ist natürlich viel besser als Plastikstrohhalme. Das ist also für jede Art von Getränk, auch Kinder trinken da gerne Limo draus. Das ist wie ein normaler Strohhalm, nur dass er aus Glas ist und dann natürlich viel, viel edler. Sechs Trinkhalme bekommen wir nach Hause und drei gerade, drei geknickt und zwei Reinigungsbürstchen. Das ist das Tolle. Übrigens, das Borosilikatglas hat den Vorteil, es ist besonders robust, besonders langlebig. Also selbst wenn es mal hier irgendwie Kinder kurz fallen lassen oder so, die sind besonders dick und robust. Das ist der Vorteil von Borosilikatglas. Ja, haben wir gesehen, du hast ja den Karton geschüttelt und die sind immer noch heile. Ja, so viele gibt es auch, diese aus Papier, aus Karton, aber das ist also unpraktisch. Ja. Und nach fünf Minuten, das ist schon weich. Ja, genau. Und natürlich, wir denken über die Welt und natürlich nutzen wir kein Plastik, ja. Da ist halt diese Glas, wie heißt das? Strohhalme. Strohhalme. Genau. Die sind die besten. Und sie sehen fantastisch aus. Mit zwei Reinigungsbürsten. Und das sieht ja viel eleganter aus als ein normaler Strohhalm, wenn man so ein Glas Strohhalm hat. Ist auch ein Hingucker. Kannst auch für Latte Macchiato nutzen, ne? Ja, ja, ja. Und es nimmt auch keinen Geschmack an. Weißt du, mit diesem Plastik- und Papierstrohhalm. Da hat man manchmal, oder das schmeckt dann nach Bambus oder sonst. Oder für die Schokolade der Kids. Heiße Schokolade, kalte Schokolade. Wieso Kids? Ich trinke das auch gerne. Ja, oder für große Kids. Die bestellen aber, sag ich nochmal, das ist die NX 695 569. Für unser achtteiliges Set mit sechs Trinkhalmen und zwei Bürstchen aus Glas. NX 695 569. Oder ein Tee. So ein Grock oder so. Ja, Tee oder Grock. Einen schönen Grock. Genau, Mensch. Preisalarm. Preisalarm bedeutet, ein Produkt hat sich hier reinführt, was hier nichts verloren hat in einer 5-Euro-Show. Aber deswegen dürfen sie es leider nur einmal bestellen. Ohlala, eine Bürste. Aber nicht zum Reinigen der Zähne, sondern das ist eine auszillierende Bürste, die für den Haushalt gedacht ist. Und da gibt es, glaube ich, meiner Meinung nach auch noch zwei weitere Aufsätze, um zum Beispiel die Fugen zu reinigen oder zum Beispiel auch mal, wie wir hier Waschbecken sehen. Oder Fliesen. Für Fliesen, das ist super. Ich habe schon Fliesen selbst geputzt und das geht so schlecht. Aber mit solchen Bürsten, das ist genial. Das ist eine Schallbürste. Das ist also sicher diese Schallzahnbürsten. Die machen ja viel, viel sauberer als normale Zahnbürsten. Und diese hier hat 5.500 Schwingungen pro Minute. Versuchen wir mal mit dem Schwämmchen 5.500 Schwingungen pro Minute hinzubekommen. Das geht überhaupt nicht. Es gibt doch immer so viele Ecken, wo man mit einem normalen Tuch nicht reinkommt. Und hier ist man eben mit der Bürste kommt man überall hin und es wird richtig, richtig sauber gemacht. Ich finde das unglaublich. Ich habe eine Zahnbürste, mit der ich diese Ecken normalerweise sauber mache. Aber es ist auch immer viel Arbeit. Mit so einer oszillierenden Bürste ist es natürlich viel praktischer. 5 Euro. 5 Euro ist super. Wir schauen mal auf Pearl.de, was sie normalerweise kostet. Und da sehen Sie in der Premium-Serie. Das bedeutet, am besten bewertet schon für 13 Euro. Und jetzt bei uns für 5 Euro. Wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung. Es herrscht das für 30 Euro. Das ist ein kleines Helferlein für den ganzen Haushalt. Und das kann jeder gebrauchen. Ich kann mir das auch schön vorstellen. Zum Beispiel für die Felgen, für die Speichen vom Fahrrad. Oder für zum Beispiel auch Gartenmöbel, die jetzt über den Winter draußen standen. Und so ein bisschen Grünsparen angesetzt haben. Oder Kalkablagerungen. Oder in der Küche, wenn mit Fett gearbeitet wurde. Fettspritzer vom Kochen. Du kannst das wirklich überall einsetzen. Ja, überall, wo man nicht so leicht hinkommt. Das ist es ja. Und da gibt es viele, viele, viele Stellen. Dafür ist das natürlich ideal, weil man damit wirklich überall hinkommt. Und es wird richtig sauber gemacht. Und für 5 Euro ein Mords-Deal. Und jetzt jede kleine Ekel. Weißt du, du kannst das so gut alles putzen. Ich liebe solche Sachen, weil bei mir das immer... Zum Beispiel für die Küche. Weißt du, du kochst etwas und deine... Der Herd? Genau, diese... Herdplatte? Ja, oh mein Gott. Hast du gesehen, wie schmutzig ist das? Gerade so an den Umrandungen, ne? Und mit diesem Produkt... Weißt du, wofür ich meine Zahnbürste zum Saubermachen nehme? An der Brille. Die Gläser stehen so ein bisschen vor, unterm Rahmen. Da ist eine Spalte, da kommt man überhaupt nicht ran. Überhaupt Brillen und Schmuck und sowas kann man unglaublich gut mit einer Zahnbürste sauber machen. Und damit ist es dann natürlich noch viel, viel praktischer. Mit so einer oszillierenden Schallreinigungsbürste. Auch wieder ein tolles Produkt. Habe ich noch nie in der 5-Euro-Show gesehen. Ich hatte das irgendwann mal in der Sendung, aber da war es für einen vollen Preis. Hier ist es für 5 Euro unser Preisalarm. Leider nur einmal pro Bestellung können Sie das bestellen. Also Sie sehen, sehr mannigfaltig einsetzbar. Das ist natürlich hier ein Wahnsinnspreis für 5 Euro. Greifen Sie jetzt zu NC2437 und die 569 ist die Bestellung. Egal, für Bad, für Haushalt, für Küche, für Fahrräder, Auto. Du kannst das eben überall einsetzen. Das ist auch eine Stelle, wo du mit einem normalen Putzschwamm gar nicht hinkommst. Und da so ein bisschen Scheuermilch drauf und dann kommst du an die Ecken, sieht das aus wie neu. Ja, da setzt sich ja immer dieser Kalk fest und das sieht man immer. Und das kriegt man nicht sauber mit so einer Bürste ist das eben kein Problem. Und wir machen weiter. Ja, kein Problem. Wir machen weiter. Voll im Tempo. Und Diana bringt schon das Nächstes, etwas Kleines. Ich weiß ja immer nicht, das sieht nicht nach Spielzeug aus, aber ich wünsche mir, dass da auch noch Spielzeug irgendwann kommt. Was ist es denn? Revolt steht für Power, für Energie, für unterwegs. Und das ist, glaube ich, eine Powerbank, oder? Ja, aber so klein. Aber wie? Mit 1000 Milliampere? Nein, 2500 sogar. Ah, stimmt. Das heißt, du kannst dein Handy fünfmal aufladen, oder? Ja, oder ich glaube, die neuesten iPhones haben ungefähr 2500. Kannst du einmal aufladen, aber das alleine ist ja schon Gold wert. Und dann in dieser Form, guck mal, das kannst du sogar ins Portemonnaie stecken. Das ist wirklich so groß wie eine Kreditkarte steht hier und hat das Kabel auch noch gleich dran. Guck mal, das kannst du einfach reinstecken und dann geht's los. Das ist für alle USB-Mobilgeräte große Kapazität für extra Stunden, also um bis zu 12,5 Stunden steht hier. Und das hat ein Micro-USB-Kabel direkt ran. Das ist ja, die meisten Handys und Tablets und E-Book-Reader haben ja Micro-USB. Dafür ist das ideal und es ist nichts ärgerlicher, als keinen Strom mehr im Handy zu haben oder Tablet. Oder man will abends ein Buch lesen und schon wieder ist der E-Book-Reader leer. Damit ist man dann eben voll auf der sicheren Seite. Und weil es so klein ist, kann man es ja wirklich einfach überall mitnehmen. Es passt sogar ins Portemonnaie. Ja, heutzutage ist es ja eine Katastrophe, wenn das Handy leer ist. Weil was nützt dann ein Handy, wenn es nicht geladen ist? Und da ist eben, ich finde, jeder der ein Handy hat, sollte auch so eine Powerbank haben. Ich meine, mit einer Kapazität von 2500 Milliampere, das ist schon ordentlich. Also das braucht jeder. Und es nimmt ja auch nicht viel Platz weg. Also es gibt jetzt keine Ausrede mehr von wegen, ich habe keinen Platz in meiner Handtasche. Die ist perfekt auch für unterwegs. Die Größe ist top. Schauen Sie mal, Anschlusskabel ist auch schon mit dabei. Und vor allem, das verschwindet hier so unauffällig in der Powerbank. Das kennt man ja sonst. Da schmeißt man die Powerbank in die Handtasche und dann hat man aber kein Kabel dabei. Naja, da ist halt auch nicht das so toll. Und hier für 5 Euro. Ich habe die mal im Elektrofachgeschäft für 20 Euro gesehen. Ja, die ist auch die UVP für das. Ich meine, eine Powerbank alleine schon für 5 Euro ist der Hammer. Und dann noch in der eleganten Form und mit der Leistung ist absoluter Wahnsinn. Und das ist kein Preisalarm. Ist das kein Preisalarm? Mhm. Das heißt, das können Sie auch so oft bestellen. Also 5 mal bestellen. Freuen sich Kinder, Enkel definitiv auch drüber. Ihr Partner. Da würde ich also wirklich gleich mehrere von bestellen, weil die eben so klein und elegant ist. Überall hinpasst und das Kabel schon dabei hat mit großer Leistung. Die Bestellung aber dafür ist die PX 49 45 569. Rufen Sie an 0800 51 51 3 mal die 4. Ja, bei dieser 5 Euro Show muss man ja immer sofort, kann man sofort anrufen und es wird ja alles gesammelt über den Tag. Aber wir machen weiter mit dem nächsten Artikel. Nun gut. Wir machen weiter. Und ich sehe ihn schon. Eine blaue Box. Blaue Box, das könnte das sein. Ich bin sehr gespannt. Komm, jetzt darfst du mal reinschauen, Diana. Okay. Aber ich kenne. Ach, du kennst das schon. Ja, du kennst das schon. Wir sind ja alles unter anderem Dianas Lieblingsprodukte. Machst du diesen Ton... Pssst. Äh, ich lese schon, was es ist. Aha. Ich dachte, es war was anderes. Gut. Das, was du gemacht hast, das verbinde ich ja mit einer Schaltzahnbürste. Aber ich glaube, du meinst, er siehst. Nein. Die Mücken. Du magst. Guck mal. Vertreiben Sie fliegende Plagegeister mit Zitronenaroma. Wie schön, dass Mücken den fruchtigen Zitronenduft nicht ausstehen können. Das ist wirklich, wirklich schlimm, wenn man abends irgendwo sitzt oder noch schlimmer versucht einzuschlafen. Oh, will ich das? Oh mein Gott. Zitronen? Ja. Mh. Mh. Das riecht gut. Das sind diese Zitronen. Ja, super. Normalerweise das riecht nach, ja, was nicht so gut ist. Aber hier, und sieht fantastisch aus. Wie heißt das? Terracotta, ja? Terracotta-Töpfchen. Ja, wie mein... Guck mal, das passt zu meinem Kleid. Fällt überhaupt nicht auf auf deinem Kleid. Ist jetzt natürlich toll, wenn man jetzt noch mal länger draußen sitzt, die Mücken kommen. Wobei es auch für den Innenbereich, glaube ich, geeignet. Und wie viel Terracotta-Töpfchen bekommen wir denn jetzt? Drei Stück. Drei Stück. Ein Dreierpack Anti-Mücken-Kerzen in Terracotta-Schalen. Ich denke, glaube ich, das ist sehr gut. Kann ich mal sehen? Ich hab die noch gar nicht gebrochen. Du kannst die, wenn die Kerze heruntergebrannt ist, kann man übrigens die Terracotta-Schalen dann auch verwenden für ein Teelicht. Dann kannst du sie weiterverwenden. Ja, das ist eine sehr hübsche Verpackung. Und wie gesagt, diese Kerzen sind goldig. Die riechen normalerweise wirklich sehr streng. Guck mal. Diese hier riecht sehr angenehm. Wie so eine schöne... Zitronen halt, ne? Ja. Das stört überhaupt nicht und es hält Mücken fern. Das ist das Tolle, weil die diesen Geruch nicht ausstehen können. Und dann können sie nachts wieder ruhig schlafen. Sie können Gäste draußen haben. Sie können sich draußen mal auf den Balkon setzen, dabei das Licht anlassen und werden nicht gestört. Ja, bei mir, guck mal, ich sitze die ganze Zeit. Ja, wir sind auch schon zerstochen, die anderen. Ich von den lässigen Plagegeistern. Echt? Ja, das ist noch Mai. Okay? Ja. Also Sommer kommt und ich glaube, wir brauchen das immer auf dem Garten, Balkon. Oh, super Produkt für 5 Euro Dreier-Set. Ja, das ist ein tolles Konzept, weil die eben keine Zitronengröte mögen. Unsere Anti-Mücken-Kerzen, das Dreierpack in Terracotta-Schein mit der Bestellnummer NC 1164 569. NC 1164 569 für unser Dreier-Set dieser Zitronenkerzen in Terracotta-Schein. Sieht ja auch elegant aus, also es macht auch was her. Ich kenne diese Kerzen, die sind sonst irgendwie in Plastik immer und sehen sehr billig aus. Das sieht richtig edel aus. Eine gute, gute Sache. Ja, das einzige, was aus Plastik ist, ist unser Wasser. Und mit dem geht's weiter. Und da kommt Diana schon mit dem nächsten Verkehr. Da kommt Diana schon angehumpelt. Wie so ein kleines angeschossenes Reh. Was haben wir denn hier? Ha! Etwas, was du nicht kennst? Na doch, eine Ampel kenne ich schon. Kennst du nicht? Du siehst keine Ampeln im Straßenverkehr. Was? Keine Angst. Ich kenne schon Ampeln, aber das ist gute Laune. Genau. Ach so, das ist Mut. Das ist ein Stimmungsbarometer bei dir auf dem Schreibtisch stellen. Also das steht einfach auf deinem Tisch und alle Leute können sehen, in welcher Stimmung hast du. Ja, diese. Diese. Okay. Dann sehen die Leute schon genau, was für eine Stimmung du hast, wenn sie reinkommen und sprechen dich nicht an oder versuchen dich aufzuhören. Ja, das ist immer so. Ja. Oh. Echt? Wie ist es bei uns in der Regie? Genau. Auch immer grün. Wie ist es bei Ralf? Gefährlich. Gefährlich. Krass. Das ist also ein toller Gag. LED Verkehrsampel, Batterie betrieben, blinkt auf Knopfdruck. Die blinkt in Rot, Gelb oder Grün und hat einen extra breiten Fuß für sich. Und dann kommt mit Batterien übrigens. Ja. Ich finde das total witzig und interessant, dass man eben da auf seinem Schreibtisch einfach die Lampe hinstellt und dann weiß man, ob man grummelig drauf ist oder nicht. Wir haben einen grummeligen Kollegen und da ist das vielleicht eine gute Sache. Echt? Ich sage nicht mehr. Ja, es hat halt jeder mal so seinen Tag, wo er nicht angesprochen werden möchte. Und ich finde, das ist auch ein schönes Stimmungsbarometer, wenn man einfach mal so einen Tag hat, wo auch alle anderen wissen sollen, sprich mich heute mal nicht an, ne? Besser für dich. Aber es ist natürlich auch eine witzige, ja einfaches Witziges, wobei ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man es den Kindern schenkt, so für ihre Spielecke, ne? So als Ampel, kleines Ampelmännchen. Es ist für 5 Euro einfach genial. Wer hat das denn gesagt, wir hatten das schon mal in der 5 Euro Show, der hatte gesagt, das kann man auf den Nachttisch stellen. Und dann? Achso, Rot steht für, ich bin gut drauf, nein, ich bin nicht gut drauf. Aber Ingo hatte gerade den Vorschlag, dass man das vielleicht mit ins Bett nimmt für den Nachttischschrank, für Partner, Partnerin. Oh, okay. Kommen Sie an. Ja, das ist eine gute Idee. Gucken wir uns jetzt nochmal diese. Ja, ich gehe jetzt rot für, okay, wir können, oder ist grün nicht so? Nein, rot, das ist schon total. Jetzt ist rot für mein Gesicht. Ach, rot? Die Bestellnummer ist NC2046569. Wir hören übrigens, der Preisalarm ist schon sehr stark nachgefragt. Der Günther hat zugegriffen bei unserer Reinigungsbürste. Hier nochmal die, alles richtig gemacht, Günther. Damit kriegen Sie alles super sauber. Hier unsere LED-Verkehrsampel hat die Bestellnummer NC2046569. So, das heißt ja, dass unser Wasser immer schlecht gelaunt ist. Oder? Dann braucht man grün, ne? Aber klar, wenn der auf die ganze Sache geschlagen wird, ne? Jetzt kommt was großes Lilanes. Du weißt, was es ist? Oh! Hier, du kleinen Garten, Marianne. Wow! Ah! Das sind diese Bewässerungskegel. Das ist für Partien. Bewässerungskugeln? Du musst Reis reinmachen. Ach so, lateinamerikanischen. Das ist was ganz, ganz Tolles, um die Pflanzen zu bewässern. Denn jede kaputte Pflanze, die man nach dem Urlaub wieder auffindet, ist teurer als dieses Bewässerungssystem. Denn hier bekommen Sie Bewässerungskugeln für 5 Euro. Und das Schöne ist, sie sind robust. Deswegen hat sie Diana gerade mal runtergeschmissen. Die sind nicht aus Glas, sondern aus Plastik. Und ich höre gerade, die sind im Vierer-Set. Ja, es ist ein Vierer-Set. Und das hält dann zwei Wochen für eine Pflanze. Ja, Vierer-Set. Da brauchen Sie keinen grünen Daumen. Sie füllen das einfach auf, stellen sich im Wecker für zwei Wochen, dass Sie es wieder auffüllen. Und Ihre Pflanzen werden es Ihnen danken. Sieht fantastisch aus. Diana, du bist ja auch viel unterwegs. Für dich wäre das auch was, ne? Ja, klar. Für meine Kräuter, für meine Tomaten. Und natürlich, weil ich bin so traurig immer, wenn ich weg bin. Und dann mein Garten geht kaputt, ja, geht tot. Und hier für 5 Euro, das ist Wahnsinn. Ich habe schon gesehen, viele Sachen, zum Beispiel aus Glas, ja. Aber mein Garten ist auf dem Himmel. Und dann ist so viele Sachen dann passiert. Und dann das Glas geht kaputt. Also, Diana hat einen kleinen Balkon, wolltest du damit sagen. Sie hat einen kleinen Balkon. Und diese Katze kommt immer. Und da hat sie ganz viele Tomatenpflanzen. Und da kommt immer die Katze, ne? Und da ist es natürlich auch schön, wenn das verbustet. Oder Vögel. Oder Vögel. Vögel. ZX 80 22 569. Schade. Für das Vierer-Set. Gießfrei-Bewässerungskugeln. Wir haben wieder tolle Sachen aus allen möglichen Genres. Jetzt haben wir was für einen Garten. Und das ist eben das Tolle. Hier sehen wir das mal in so einer Blume. Da kann man die eben dann wirklich mal zwei Wochen stehen lassen und muss sich nicht drum kümmern. Und ich habe keinen grünen Daumen. Ich brauche diese Kugeln definitiv. Dann kann ich nicht meine Plastikpflanzen weg tun und richtige. Woher kommt dieser Begriff eigentlich grüner Daumen? Was hat denn die Pflanze mit meinem Daumen zu tun? Na, wenn du einen grünen Daumen hast, dann berührst du die Pflanze und sie wächst und sprießt und gedeiht. Und wenn du einen Daumen wie ich hast, dann nicht. Dann macht sie das Gegenteil. Also meine Mama hat ganz, ganz viele tolle Pflanzen, aber der Daumen ist auch nicht grün. Na gut, muss ich nochmal nachrecherchieren. Da werden wir mal nachgucken. Ein großes Beiges, ein großer Beiger Karton. Oh. Ist das, ach das ist ein Rucksack, oder? Guck mal, ein kleiner Rucksack. Mein Rucksack, okay. Das ist ein ultraleichter Fahrradrucksack. Oh. Was passt denn da rein? Fünf Liter passen da rein, steht hier. Das musst du uns mal zeigen. Ach, das ist ja was Tolles. Der ist ja superflach und da passen 500 Liter. Fünf Euro? Echt? Fünf Liter rein. Fünf Liter, das ist gut. Reicht. Das heißt fünf Milchpackungen. Fünf Milchkartons. Ultraleicht. Sie werden Ihren Rucksack kaum spüren. Ich liebe meinen Rucksack. Zum Beispiel auf anspruchsvollen Strecken oder Sprüngen beim Mountainbiking. Sprüngen beim Mountainbiking. Mit fünf Liter Volumen haben Sie alles Wichtige dabei, ohne sich dabei zu überladen. Und so sieht das dann aus, wenn Sie Fahrrad fahren, im Kleid mit einem Rucksack drauf, mit einem ultraleichten Fahrradrucksack. Der hat auch Reflektoren noch. Ach so. Damit man besser gesehen wird, ne? Dass man besser gesehen wird, ist ja auch wichtig, dass man gesehen wird nachts im Dunkeln. Und da passt viel rein. Und der hat noch diese Gummis oben drauf, dass man da auch noch Sachen reinstecken kann, größere. Sehr, sehr praktisch. Und ein ganzer Rucksack für fünf Euro mit dem Volumen und dann so super flach. Das ist natürlich toll. Der hat die Bestellnummer NX 9206569. Unser ultraleichter Fahrradrucksack mit Reflektoren. Wasserabweisend ist er auch noch. Fünf Liter Inhalt NX 9206569 für unseren Rucksack. Oh, und wir hören gerade die Pizzaschere. Ist sehr, sehr stark nachgewacht. Eleonora hat unter anderem zugegriffen. Ja, alles richtig gemacht. Sie sind offensichtlich ein Feinschmecker. Ja, siehst du, Pizza geht eben immer, ne, Ingo? Ja, kann man da auch reintun. Wenn man zum Supermarkt fährt, sich Pizzakartons holt. Fünf Liter Pizza kann man da reinstecken. Oh, lecker. Das sind, sag ich mal, zwei, drei Kartons bestimmt. Wir bedanken uns übrigens für die vielen zahlreichen Bestellungen, die wir bis jetzt schon erhalten haben. Das ist sehr toll. Das sehen wir, wie beliebt diese Show ist. Aber es ist ja auch der Höhepunkt der Woche. Und es ist immer eine Stunde, jeden Mittwochabend um 19 Uhr. Hier nochmal unser Fahrradrucksack mit der Bestellnummer NX 9206569. Ultraleicht mit Reflektoren. Fünf Liter Inhalt. Ihr Handy können sie da auch rein tun. Alles zusammen. Ein Rucksack allein für fünf Euro ist ja schon nicht zu kriegen. Wahnsinn, oder? Gerade beim Fahrradfahren, wenn du hier eine längere Tour machst, willst du auch nicht so viel mitschleppen. Und wenn du das Gepäck auf dem Rücken hast, ist das Gewicht auch ganz anders verteilt. Also es ist viel, viel besser, als wenn du die Taschen links und rechts trägst. Ja, ja. Super gemacht. Ultraflach und dünn. Und es geht weiter. Grün. Wir haben ein großes Paket. Vielen Dank. Danke für den Umschlag, Diana. Uh. Ich glaube, das ist so ein Bewässerungssystem, wo du auch zeitgleich noch ein bisschen Dünger mit einfüllen kannst. Ist das richtig? Ja, das ist eine Gartenbrause, wo du Dünger und Putzmittel reintun kannst. Ich habe das mal gehabt, da kannst du Fenster putzen zum Beispiel ganz leicht. Wenn du da ganz fest gegensprühst. Fenster putzen? Ja, Fensterputzmittel tust du da rein. Dann werden Fenster geputzt durch den Strahl. Es trocknet und dann brauchst du die nicht eben anders zu lassen. Auto natürlich. Stimmt. Natürlich nur an den dafür vorgesehenen Waschboxen, aber theoretisch auch eine gute Idee. Ich kann es mir auch vorstellen, zum Beispiel für Unkrautvernichtungsmittel gibt es ja auch für den Garten. Oder zum Beispiel, wenn du die Gartenmöbel putzen möchtest. Oder eben, ich sehe es ganz klassisch als Düngemittel, dass du hier Dünger reinmachst und dann wird es verteilt. Dann kannst du dein Beet damit düngen. Das ist ja auch ganz toll. Ja, bringen Sie Ihre Gartenmöbel zum Blitzen, steht hier als Anwendung. Das Fassungsvermögen von dem Tank da ist übrigens 100 Milliliter. Da passt richtig viel rein. Und dann haben Sie da 10 Sprühmodi. Das ist also eine Gartenbrause, also eine Gartenbrause, die Sie da auch noch verschiedene einstellen können. Ist die aus Metall? Ne, aus Plastik. Aber das ist gut, weil dann ist sie schön leicht. Ja, ja. Stell dir mal vor, hier ist ja auch noch ein gewisser Wasserdruck drauf. Wenn das aus Metall wird, kannst du ja als Frau gar nicht halten. Das ist das Schöne. Das ist aus Metall. Äh, aus Plastik. Und das hier für die Qualität von Royal Gardening. Das ist eben das Tolle. Für so eine Brause alleine zahlt man ja normalerweise schon 10, 15 Euro. Und hier haben Sie eben noch den Luxus, dass Sie einen Tank für Dünger und Putzmittel dazu bekommen. Das mit dem Putzen ist wirklich, das funktioniert wirklich gut. Also für Fenster, für Gartenmöbel, dass man die einfach fest absprüht und dann sind die blitzeblank sauber gerade. Jetzt wollen wir ja alles wieder rausstellen, dass wir eben den Sommer auch genießen kommen. Der dann kommt, der wird ja kommen, das wissen wir alle und hoffen es auch alle. Und das ist eben toll, dass man hier alles zusammen in einer Gartenbrause hat. Die bestellen wir mal, sage ich Ihnen mal. Das ist die NX 94 85 569 und die hat 10 Sprühmodi. Guck mal, hier tust du einfach das Reinigungsmittel rein, schraubst es rauf und dann ist das Teil des Wassers, was da rauskommt, wird eben gemixt. Das ist das Tolle hier. Drehst ihn einfach voll auf und dann hast du vollen Strahl mit den 10 Modi. Hier kannst du sogar einstellen, wie viel da rauskommt. Guck mal, kannst auch Shampoo reinmachen, dann sind die Kinder gleich gewaschen. Auch schön verteilt. Oder Duschgel, dann ist man gleich geduscht. Genau. Alles toll hier. NX 94 85 569 für unsere Gartenbrause mit Tank. Und weiter geht's. Weiter geht's. Wir sind ja immer gespannt, du weißt schon immer, was kommt. Essen. Oh. Es gibt Essen. Fleisch, oder? Ja. Oder Gemüse. Ja. 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 Es ist glaube ich hauptsächlich. Auflauf oder so. Nee, weißt du, ohne Quatsch. Medium Zucchini. Wenn du einen Auflauf hast und den wieder aufwärmst, weißt du ja nie, ob in der Mitte schon heiß ist. Wie heißt du? Und das ist ein digitales Braten- und Ofen-Thermometer. Wie heißt du? Bisto. Bisto. Achso. Ich möchte nur gucken, was gibt's hier. Welches Fleisch? Es hat hier übrigens bequeme Voreinstellungen für acht Fleischsorten. Rind, Lamm, Kalb, Hamburger oder Buletten, je nachdem wo man wohnt. Schwein, Butetrutan, Huhn und Fisch. Jeder, der schon mal ein perfektes Steak braten wollte, weiß wie nötig so ein Thermometer ist. Ach guck mal, das hängst du da rein, also das steckst du rein. Das ist mit Touch-Display. Ja, genau. Und dann kannst du das Thermometer selber draußen lassen und siehst, wann etwas gar ist. Magnetisch wahrscheinlich sogar. Richtig toll. Also Chicken, Pute, Hamburger vielleicht. Buletten. Und dann Beef, also Rind, Schwein, Fisch, Weel, Wild, Lamm, Hühnchen, Türkei, Putten und Hamburg. Also das ist vielleicht für Burger. Also für Fleischesser definitiv, aber wirklich ich sehe es eben auch für Cheeseburger oder so. Für einen Cheeseburger. Glaube ich. Es ist also aber nicht nur für Fleischesser, es ist wirklich auch für Auflauf. Es ist auch was für Nicht-Fleischesser wie mich. Zum Beispiel wenn ich jetzt Besuch bekomme und ich habe ja gar keine Ahnung, viele probieren dann vielleicht schneiden sich ein Stückchen durch und kosten, das würde ich ja jetzt nie machen. Und dann kann man das auch als Nicht-Fleischesser super leicht machen. Und das ist Mediode. Mediode. Oder ja. Oh. Ja genau. Du kannst Fehler machen, aber mit diesem Produkt nie. Ja. Das ist super. Damit gelingt jeder Braten alles, was eine bestimmte Temperatur im Inneren haben muss, was man dem ja nicht ansieht, können Sie hier mal messen. NX 845569 für unser digitales Bratenthermometer. Ja, was braten wir jetzt? Da braten wir dann einen Stoff. So. Wir müssen Sie übrigens noch mal daran erinnern, der Preis-Alarm, der ist ganz, ganz stark nachgefragt. Harald, der war auch sehr, sehr schnell. Oh, und das ist auch was Tolles. Ist das nicht so eine lernfähige Fernbedienung? Das ist eine universelle Großtasten-Fernbedienung. Das heißt, da kannst du tatsächlich, wie viele Geräte kann man damit machen? Zwei. Zwei für Senioren, ja für zwei Geräte. Mehr hat man hier in der Regel auch nicht zum Fernsehen gucken. Und dann kann man die eben programmieren, dass man damit den Fernseher einfach an, ausmacht, laut, leise Programm, vorwärts und rückwärts. Da braucht man keine tausend Fernbedienungen mit Millionen Funktionen. Also der große Vorteil sind hier eben die großen Tasten und nur das, was man wirklich braucht. Einmal TV und einmal Sat, also Receiver. Und du hast hier eben die Direktwahltasten oder eben vor, zurück, leise, laut. Die heutigen Fernbedienungen, die haben hunderttausend Tasten. Da ist man erstmal überfordert, weiß gar nicht, was man machen soll. Deswegen, Sie sehen es hier, schöne große Zahlen. Also auch toll für Senioren. Man sieht sofort auf einen Blick, was ist jetzt was? Wo mache ich laut und leise? Wo gehe ich vor und zurück? Und das ist eben das Tolle. Man hat hier eine Fernbedienung für zwei Geräte gleichzeitig. Und so eine Fernbedienung, wer eine Fernbedienung von seinem Fernseher schon mal verloren hat, die sind richtig teuer, wenn du die Original wieder umkaufen möchtest, ne? Die sind richtig teuer und vor allem diese hier ist aufs Wesentliche beschränkt. Alles, was man braucht für zwei Geräte. Da braucht man erstmal für den Receiver und den Fernseher erstmal nicht zwei Fernbedienungen, sondern nur noch eine. Und dann eben, wer braucht denn diese ganzen tausend Zusatzfunktionen? Die sind eher verwirrend, weil jede Zusatzfunktion auch ihren eigenen kleinen Nippelknopf hat, den man kaum lesen kann. Hier ist alles auf großen, übersichtlichen Tasten. Für Senioren, für Kinder, aber auch für jeden eigentlich. Das macht einfach mehr Spaß mit so einer Fernbedienung Fernsehen zu gucken. Guckst du viel Fernsehen, Anne? Außer Pearl TV? Ja, also ab und zu am Wochenende schon mal ein Film. Aber mich nervt das auch mal die Sucherei. Was ist die richtige Fernbedienung? Und das ist eben schön, wenn du hier eine für zwei verschiedene Geräte hast. Und ich musste allerdings mal eine Fernbedienung nachkaufen. Ich hatte die verloren von meinem alten Gerät. Und da hat die Original-Fernbedienung 60 Euro kostet. Wie eine doofe Fernbedienung. Du musst dir mal vorstellen. Ja. Das ist ein Drittel oder ein Viertel des Fernseherpreises. Unglaublich. Guckst du viel Fernsehen, Diana? Hm, nicht so. Aber ja, für mein Deutsch immer, ich muss was hören. Aber natürlich nur Pearl TV. Nur Pearl TV, natürlich. One Love. Sehr, sehr praktisch. Universelle Großtasten TV Fernbedienung. Meine Kollegen. Lärmfähig. Das ist mit der Bestellnummer PX1939569. Ich höre gerade, unsere praktischen Haarbürsten sind auch sehr stark nachgefrügt. Die Claudia hat zugegriffen. Oh, alles richtig gemacht. Ist ja auch super. Zweier-Set für 5 Euro. Das ist super. Alles richtig gemacht, Claudia. Ziebt nichts mehr. Und hier nochmal die Bestellnummer PX1939569 für unsere universelle Fernbedienung. Greifen Sie jetzt zu. Weil auch das ist was ganz, ganz tolles. Gerade wenn man vielleicht auch die Zahlen nicht mehr so gut sehen kann. Die Tasten. Also hier ist es aufs Wesentliche reduziert. Also hier ist nicht dieser ganze Schnickschnack, was man normalerweise auf den Fernbedienungen hat. Also es gefällt mir gut. Also PX1939569 ist die Bestellnummer für unsere lernfähige Fernbedienung mit den großen Tasten. Die liegt auch gut in der Hand, ne? Ja. Da hat man richtig was in der Hand auch und nicht so eine kleine Fernbedienung mit kleinen, kleinen Millionen von Knöpfen. Hier ist alles übersichtlich aufs Wesentliche reduziert. Und das macht einfach Sinn, weil man will Fernsehen gucken, umschalten und laut und leise machen. Mehr will man ja gar nicht. Und das ist genau die richtige Fernbedienung dafür. Tolle Sache. Das stimmt in der Tat. Und wir machen mit einem tollen Wasserwechsel weiter. Und ich höre gerade, wir sind schon beim letzten Produkt. Zum halben Preis. Mensch, so schnell vergeht die Zeit, wenn man Spaß hat. Jetzt bin ich gespannt. Diana, guck mal, das ist doch was für dich. Du kommst immer so spät nach Hause. Echt? Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist was für mich vor allem. Ich arbeite viel, ja. Ich habe hier, also jetzt mal eine Insider-Geschichte. Hier, wir senden bis 9 Uhr live. Und um 9 Uhr, wenn man hier die letzte Show auf der Bühne hat, muss man noch alles zusammenbauen. Ja. Und um 9 Uhr werden auch die Lichter schon ausgemacht. Und dafür ist so eine Lampe wirklich, wirklich gut. Ich schnapp mir die gleich, wenn ich meine nächste Sendung habe, die bis 9 Uhr abends geht, dass ich dann schon auch noch alles vernünftig zusammenpacken kann. Ist auch sehr kleidsam, wie wir an Diana sehen. Die ist richtig schick, ne? Sehr, sehr schick. Auch zum Fahrradfahren. Es gibt deinem Kopf eine völlig neue Form. Das ist natürlich was ganz Besonderes, gerade auch so zum Fahrradfahren. Ja, ich denke auch. Da kann man ein bisschen was tobieren. Guck mal, die sitzt auch wirklich toll, ne? Die kannst du auch nicht schön verstellen. Also nicht das Licht. Diana, du machst hier einen ganz neuen Trend. Morgen rennen alle Zuschauer von Pearl mit dieser Frisur rum. Da brauchen sie allerdings die Lampe dafür und die kostet nur 2,50 Euro. Ja, super. Die können sie gleich mehrmals bestellen. Und ich glaube, ich brauche das zum Beispiel für Fahrradfahren. Ich kann nicht so sprechen. Also, das ist Wahnsinn. 2,50 Euro, ja? 2,50 Euro, ganz genau. Ich kann mir dir schon, wie gesagt, zum Fahrradfahren vorstellen. Da hast du die Hände am Lenker und siehst trotzdem genug, wenn du mit dem Hund Gassi bist. Oder zum Beispiel, wenn du mal eine Autopanne hast, möchtest in dem Motorraum Kurs gucken. Mit deinem Hund. Gucken. Wie wieder? Mit deinem Hund kannst du auch ein bisschen spazieren. Genau, wenn du mit deinem Hund gehst. Das meinst du, wie der guckt, wenn du mit so einer Frisur und der Lampe... Ja. Und dann niemand kommt zu dir. Das ist nicht gefährlich mehr. Einfach... Nein, aber immer wenn es dunkel ist, die kann man ja ganz einfach... Da, wo man hinguckt, ist Licht. Und das im Grad... 120 Grad, die hat also auch noch einen großen Streufaktor. Fürs Fahrradfahren ist es optimal. Skateboard fahren Roller. Es fahren viele Roller. Und viele Rollers haben eben kein Licht. UVP hier liegt übrigens bei 20 Euro. 20? 20. Wow. Und hier haben wir etwas für 2,50 Euro. Was auch noch sehr nützlich ist, diese Lampe für 2,50 Euro. Ich kann es nicht glauben. Das ist unglaublich. Wie sitzt sie? Ist sie komfortabel vom Tragekopf? Ja. Sehr gut. Weil das ist diese... Wie heißt das? Diese... Universell einstellbar? Gummiband? Gummiband. Gummiband. Sehr, sehr gut. Ich weiß nicht. Du kannst auch probieren. Oh, sie ist noch an. Ich denke, das ist für jeden Kopf. Genau. Die ist für jeden Kopf. Die kann man ganz universal einsetzen. Und jetzt hier natürlich auch den Winkel verstellen. Und wie sitzt sie? Sehr, sehr, sehr bequem. Sie sehen, sie ist fast für normale Köpfe und für sehr große Köpfe. Einfach, sehr einsetzbar. Und nur 2,50 Euro. Absoluter Wahnsinn, ne? Ja. Schlagen Sie jetzt zu, denn es war sie auch schon wieder, die 5 Euro Megashow. Eine Stunde lang super Schnäppchen. Bestellen Sie jetzt unter der kostenlosen Hotline 0800 51 51 und 3x4. Oder gerne auch online unter www.w.w.w.tif. Tschüss. Tschüss. Tschüss.